Halt dich an den Stand fest! Mach dich eine Bein an das Grauteil! Ich save dich! Ich save dich! Sobald ich an die Brücke setze, ist es gefährlicher! Du kannst dich hier auf die Stufe stellen. Ich save dich. Hör den Arm hin, dann kannst du dir die Witter fallen. Nimm die andere Hand. Nimm die linke Hand. Dann kannst du dich da, wo die blaue Stange ist, aber abstützen. Hast du meinen Arm an den Weg? Nein. Du kannst dich hier draufklicken. Ich komme hier gerade so dran. Weißt du, wie schwer ist es, den Boden zu finden und runter zu fallen? Ich hatte wirklich Schiss. Und er ist einfach mal drei Köpfe größer als ich. Genau. Jetzt mach deinen rechten Fuß nach unten. Nach unten. Einmal nach unten. Vergiss nicht, dass seine Füße noch fünf Meter länger sind. Er wollte einmal nach unten mehr, aber nicht verhalten. Hier unten ist er schwanger, da kommst du vielleicht raus. Dann bleib ich hier nicht, allein mit dem anderen Fuß nach unten. Den rechten Fuß nach unten machen. Filmen wir das? Ja, er filmt das. Ich hab extra rangezoomt. Hauptsache mein Gesicht ist voller Dreck wegen dem komischen Vogel. Andere Option. Andere Fuß nach unten, sonst kommst du hier nicht runter, du Vogel. Nick. Ja, den. Weiter. Lass ihn ein bisschen fallen. Lass ihn ein bisschen fallen. Kannst du Klimmzüge? Warum kannst du dich mit der A nicht halten? Spielt. Nein. Halt mal. Du musst wirklich mit dem rechten Fuß so geht das gemacht. Spielt überhaupt. Oh ne Scheiß. Alter, da liegt. Wer ver-fickt er ernst? Ich f-fickt er. Guck mal. Du hältst dich. Ich kann dich da auch halten. Dann gehst du weiter runter und dann musst du mit dem Bein da vorne auf das blaue Teil drauf treten. Dann hast du es geschafft. Du musst nur auf das blaue Teil hier drauf. Was hast du geschafft für mich? Weil meine Beine sind nicht mal so lang. Die hingen in der Luft, Alter. Oder? Guck euch mal das an. Ich komm hier nicht drauf. Und ich kann hier runter. Oh ja. Das ist genau. Das ist höher als das. Oh ja. Viel höher. Aber dann kommt man noch einfacher hin. Nein. Du bist genauso behindert. Da kommst du nicht mehr weg, du Vogel. Du musst dir hier hoch. Du fällst halt. Er meint nicht da runter. Er meint nur da oben. Das macht kein Mies, Alter. Nein, Mies. Ich könnte daran sterben. Ich könnte daran sterben. Du bist groß genug. Nick. Du musst deine Hände einfach weiter da unten fassen. Du musst deine Hände weiter nach unten machen. Genau so. Also nach unten gehen. Und dann musst du mit dem rechten Füßen... Setz dich so hin, wie ich gerade saß. Ja. Ich halte dich auch fest. Ich verliere. Nick, hält dich an der Hacke fest. Da kannst du ja nicht weiter fallen. Ich fall runter, aber du nicht. Du hast das Gefühl. Nein, nein. Setz dich so hin, wie ich da gerade saß. Setz dich erstmal an das Gitter ran. Was? So. So. Das linke Bein... Nein, das linke Bein zuerst. An das graue Teil. Und das hier. Genau. Weiter runter. Nein, nicht so. Nein. Und der Pickel hier gegen mich. Setz dich so hin, Dalli. So. Das ist was in dem rechten hier unten dran. Ist rot? Ja, das ist normal. Junge. Das ist Arbeit hier. Wo ist der Praktikant, Alter? Jetzt hältst du dich insgesamt fest mit deiner Hand. Mit einer Hand. Mit einer Hand? So. Und jetzt kannst du schon runter tun. Weiter, weiter. Einfach nur nach unten. Schwere Geburt, Alter. Jetzt was lustig ist. Die haben jetzt halt noch 5 Minuten dafür gebraucht. Die haben 5 Minuten dafür gebraucht, Leute! Er ist 3x so groß wie ich und ist am Zittern. Obwohl er hier nicht easy stehen kann. Dreh dich um. Du hast recht. Ich drehe mich um. Ich mach einfach den hier. Was ist so? Kein Problem. Viel Spaß! Willst du ruhig deinen Mund ab? Nicht so. Junge! Bestell dich hier! Geht doch nicht! Guck mal hier! Junge, du kannst dich einfach... Ich bin da, wo du gerade reingekittert bist. Da kannst du lang gehen. Hast du Eierplatten oder was? Kannst du lang gehen, dann bin ich dann auch nicht gegangen. Ja, was ist das denn? Ich bin dann so richtig gegangen. Aber was ist da auch hier? Hier was denn? Da sieht man die Brücke. Aber da ist es dunkler. Und das Graffiti sieht man. Ja. Ich hab zwei Flecken auf meiner Brille. Und direkt im Auge wegen Dalli. Er ist 3x größer als ich. Hat sich nicht getraut, da unten dran zu kommen. Ich muss ja da runter springen. F*** dich! Ey Mann, hier noch praktisch ganz nice. Es hat... Für was wirst du bezahlt? Ach stimmt, du wirst ja nicht bezahlt. Für was wirst du bezahlt? Richtig, du darfst... W*** Hahaha, wie geil! Ich schwöre, ich hab euch drauf und den Mond. Nick, kannst du mir meine Jacke geben? Ja, warte, ich krieg kurz die Brille. Hängel dich doch runter! Nein, ohne Scheiß, spring hier die kapierte Fläche hin. P-p-pussi! Ich hab euch platt getreten, ihr Wächser! Warte, ich muss irgendwie den perfekten Winkel treffen. Alter, die Hände so groß und die Hände... Warte, die Hände auf die Jacke! Scheiß auf die Jacke, nein, Patriot! Sollen wir... Sollen wir Eier zeigen? Echt schon, komm mal hier runter. Dalli! Wenn du Eier hast, springst du! Alter, das erste Video. Jetzt komm weiter hier rüber, damit du auch die Fläche hier triffst. Die Brille ist ja nicht fattgetreten, ich fang deine Hände auf, dann halt sie schweben dann sofort. Verstanden? Wenn du eierst! Alter, hier rüber! Schuss dich doch, fang einfach noch meine Hand ab. Und sie wird dann am Hand abschossen. Und gleich Fuß gebrochen. Deswegen soll er nicht auf die Steine springen! Ich komm hier rüber, ich fang nicht hin auf. Da links, kletter hoch, ich geb hier oben die Hand. Lass einen High-Five und gib. So dreht man sich für nen Videodreh. Spring einfach hier hin, ich fang deine Hände auf. Ja komm, immer fäng dich. Immer fäng dich, weißt du. Kennt ihr die Situation, wenn ihr jetzt erst mal vom Dreier springt oder der Pfarrer da unten im Schwimmbad schwimmt und sagt, ich fang euch auf? Ja. Und dann fängt ihr euch nicht? Das ist genau das, was ich fange. Komm. Komm. Ah, die Scheißbrenne. Ich habe gerade gesagt, ich bin scheiße Scheißjag. Ja, spring hier hin. Du springst hier hin. Guck dir mal. Komm mal her. Guck dir diese durch abgetretene Grünfläche an. Diese hier. Die ganze Grünfläche. Ich stehe hier und sag ihm, er soll hier hinspringen. Brennt. Er springt nach hier. Brennt alles. Das ist ein fucking Meter entfernt. Guck dir mal. Das ist ein fucking Meter. Ja, bitte. Was macht ihr? Das ist ein Meter. Jetzt komm her, Dani. Brennt alles. Lose. Woll nicht. Spuck es auf. Willst du nicht erschrocken? Brennt alles, Alter. Das ist, weil ich so heiß bin. Die armen Schuhe. Wir gehen nicht mehr. Wir gehen nicht mehr. Wir gehen nicht mehr. Boah. Jetzt Gangster. Nein. Warte. Ja. Let's go quickly. Dani. Wuh. Wuh. No. Das rote ist da richtig. Oha, das rote. Warte, ich hole ihn mal runter. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Komm. Leute. Das sieht mega geil aus bei Dani. Das ist schwerer ohne dich. Hier, drehen. Fokus. Ne, Winkel halt. Dass ich mehr sehe. So, dass ich halt mehr sehe. Nein. Aus. Aus geht nicht, Leute. So. Halt die Box vor dir. Wie das ist, wenn man nicht weiß, wo man steht. Wenn man sich aufgemacht und die Zeit vergeht. Geht gut aus. Hört ich's dir mal früher gesagt, jetzt ist es leider zu spät. Nice. Kamera, cool ist mal wieder am Laufen. Hier ist der Dani. Hallo Dani. Grüße ihr. Was machst du mit der Kamera, Junge? Guck mal. Was machst du so? Nicht gerade. Guck mal wieder runter. Da sieht mein Gesicht nicht so gut. Wurz runter gucken, Mann! Was ist das echt jetzt? Oh, wo hast du dich aufgenommen, du Auto? Wurde ich aufnehmen können? Die kriegen die Schärfe nicht hin. Ich war pinkeln. Ah, jetzt. Geh doch mal den Scheiße an, Mann. Weißte Schuhe, weißte. Und? Der Pisser hier ist der neue Praktikant bei uns in der Crew. Er durfte ja gerade schon filmen, während ich am pinkeln war. Stell dich mal vor. Das ist Patrick. Er ist Praktikant. Ich bin der Pole. Er ist der Pole. Wir sagen, wenn wir keine Kamera mehr haben, Leute, das ist seine Schuld. Er nimmt nicht auf, Mann! Hast du ein Bild gemacht, oder was? Nein, du hast die ganze Zeit nicht draufgedrückt.